So, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Earthworld Aves Exodus Ja, ich habe schon die letzten 2-3 Sessions gesagt, dass ich eine längere Session aufnehmen will Ich versuche das heute wieder, deswegen sag ich es erstmal nicht, ich versuche es Theoretisch dürfte mich keiner stören, weil ich ja eigentlich überall offline im BZW auch einfach grad nichts hab, also keinen hab, mit dem ich was talken könnte, würde, wollen, tun, tun So, ja, wir sind hier stehen geblieben, hier waren jetzt die ganzen, äh Fleischsägen, die Mäller, ja Kommen alle mit den Spassis, so, wir machen jetzt folgendermaßen, zwar, äh, hab ich einen Plan, ja, ich hab einen Plan Es ist so laut, oh mein Gott Ich werde sterben, oder? Ah, wow So, jetzt Geht das, geht das? Hohoho, es geht Oh mein Gott, ist das geil Achso, bringt der Hebel denn? Achso, ich kann die La... Lol Ja, wow Brauch ich gar nicht, weil ich ja meinen, äh, meinen Trick benutze, ne? Das, lol Das kann mir spart bleiben Das ist ja schön Jo, jo, jo Mekka Okay, okay, okay Habt bitte Spassis Noch null Opfern, genau so, alle, alle, alle fünf da, ey So muss dat Jetzt muss ich euch noch hier, jetzt muss ich euch noch hier durchkriegen, wa? Na komm, ich will da runter Achso, die bleiben stehen Ach ne, die, ah, okay, die fahren so ganz komisch Ach Ach Das haben wir fixehaft gemacht, oder? Hahaha Fuck Ich weiß es nicht Ah, wo? Bitte sag mir An einer gelegenen Stelle Wo? Na, okay, scheiß drauf Okay, die warten schon Wow, alter So Nochmal das ganze Spiel Ey, ich hasse diesen Abschnitt so sehr, weil es zu laut ist, ne? So, kommt mal mit Da, 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 da Ja, alle fünf da, nice Ah, komm Ja, kann ich jetzt hier runter, ja, ne? Ach ne, doch, warte Na, okay Ach, so Jetzt bin ich hier unten, immerhin So, kommt mal alle mit, Jungs Wow Eins, zwei, also zwei sind da Fünf Okay Oh, hier bleiben sie ganz stehen, das ist ja schön Äh, einer kommt mit Okay, 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 okay Es geht sogar noch mehr Dann könnt ihr für mich arbeiten Danke, Jungs Und jetzt dürft ihr in die Freiheit rennen, ja Zack, zack Zack, zack, zack So, gibt's hier eine Anzeigetafel Ja, fünf, perfekt Haben wir alle Das freut mich, wir hätten eher alle fünf befreien müssen, glaube ich Deswegen Quicksafe vor der Tür, habe ich mir angewöhnt Wird sich, glaube ich, nicht mehr ändern Dann Und Kammer 1 Ich habe ja gesagt, das kann man nicht so schwer aussehen Also laut Plan Sehen sie nicht so schwer aus Ähm Ich muss auch sagen, dass Mich das Spiel, also Mich hat Also ich habe das Spiel Von Anfang bis zur Soulstorm Brauerei Sehr, sehr gerne gespielt Hatte viel, viel Spaß dabei Allerdings, muss ich sagen Jetzt ab diesem Soulstorm Abschnitt hier Ähm Ja, weiß ich nicht Verliebt mich so ein bisschen die Lust Weil ich diesen Abschnitt, glaube ich, schon Als Kind Ich habe ihn nie richtig gemocht Es ist Zeit für die Soulstorm Fragestunde Frage Was passiert, wenn ein Klacken Hilfe schreit? Antwort Erslick und Hörweiter kommt sofort angeschossen Ja, das kennen wir doch schon Von Direktor Fleck Vizepräsident Erslick Und General Trippig Ist doch alles nicht neuert Ich wollte gerade sagen, ey Tötest du mich jetzt Bist du tot Das war ein Penner Äh, ist der Schatten? Halt Halt, 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 halt Halt, halt, halt Wow, dass das geht Hätte ich jetzt Nicht gedacht Okay Dack, dack, dack Nein! Es kam so erschreckend, ne? Werde ich jetzt ernsthaft in Steam zu gespammen? Ich habe mich schon extra auf Offline gestellt eigentlich Die Rede ich dürfte Kann da kein Nachrichtengeräusch kommen Lass mich alle in Ruhe Wo war ich? Alter Boah Habt ihr es gesehen? Boah, ich hab grad Ich war grad so fixiert auf diese scheiß Nachricht Ey, du sollst sie nicht erschießen Äh Mann, no, ey Aber schießt ihr ihn denn? Alter, jetzt bin ich grad so verplant Hahaha Hahaha Fuck Oh Ja, das kommt davon Wenn man spontan aufnimmt Ich hab einfach immer alles geschaut D-Dick-Dick-Story an Tschüss Tschüss Ach Quick Save Mann Mann, ich wollte es timen Ich wollte es timen Ich wollte es timen Ich wollte es doch nur timen Ah, ne, komm, ich will heute die vier Kammern schaffen, doch. Ich will heute die vier Kammern machen. So. Kurzer Cut, wir kommen zurück. So, ich muss jetzt kurz cutten. Zack, zack, zack. Ah, Pro. Okay, da ist ein Slick unterwegs. So, so. So, 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 so. Ähm. Okay, ich dachte schon. Wow. Okay, äh. Wie mach ich denn das? So. Einer weg. Komm her. Aber. Ähm. Okay. Wir probieren das einfach mal. Ich weiß. Geht das? Okay. Er schießt Abe nicht. Das ist ja witzig. Komm her. Ja. Spassi. Yay. Hey, Kollege. Komm. Die verlegen wir auch noch. Junge, du sollst. Ja, komm. So. Sehr schön. Hätten wir das. Und klatsch. Hey. Mach schon. Aua. Okay. Ey. Komm her. Kommst du her, bitte? Komm her. Komm doch. Komm. Bam. Allerlich. Oha. Puff. Äh. Wie mach ich das? Ja. Erledige ich mich selber, wa? Boom. Okay. Hier gibt es nur zwei Arbeiter. Scheinbar nur die zwei da oben. So. Ich muss dich jetzt hier runter machen, weil sonst, was mich wundert, man kann hier nicht hoch, ne? Und vom Größen ist das ja nicht anders als hier und hier kann man nicht hoch. Also, äh, also da kann man hoch, meine ich. Das ist ein bisschen verwirrend. So. So geht das auf jeden Fall. Komm, 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 komm. Komm her. Komm, komm, komm. Wir müssen hier alle, alle erledigen. Ja, gut. Du schmierst dann mal ab, dann hol ich mal Alpen. Äh, warte, es geht doch, oder? Ah, ne, er schießt Ape dann, wenn ich hilfe, oder? Oder? Komm. Oha, es geht. Nice. Es geht. Es geht. Es funktioniert, tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Yay, der nächste schmiert ab. Okay. Na, komm. Komm her. Lauf doch nicht rein. Oh. Kollege, komm schon. Kann doch nicht so schwer sein, einfach mal vor dem Hebel stehen zu bleiben. Aber nein, gut. Na gut. Es sind Slicks, die sind halt selten dämlich. Machst du nix. Hilfe. So, das ganze Spiel nochmal. Komm her. Mach schon. So. Und der nächste schmiert ab. Ich wundere, dass die Alpen hier schießen. Eigentlich müsste denen ja klar sein, dass, äh, Alpen den Glacken übernommen hat. Theoretisch. Achso, ich muss erst mal noch Slick, ne? Komm. Komm mit, mein Freund. Danke. So, Kollege. Ähm. Ach, schade. Komm mal her. Mann. Du sollst herkommen. Okay, er steht auf. Weiß ich Bescheid, muss ich also auch hier runter. Hör, wie ist er noch herkommen, lol. Ach, komm. Yay. Äh, komm her. Ich brauch das sogar, Kollege, ne? Hä? Äh. Äh. Nee, du unten. Ach, Mann, der da unten soll machen. Äh, jetzt hab ich ein Problem, oder? Nee, komm her. Komm her. Hier geblieben. Mach doch. Ah. Ha, ha. Skill ohne Ende, ja. Ja, nee. Komm her. Äh. Hier geblieben. Hier geblieben. Hier, ihr solltet ja schießen. Hey. 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 Ja. Hey. Komm her. Komm her. Wie sie sich umdrehen. Ich will euch doch nur in eine Position bringen, dass ihr euch gegenseitig abknallt. Hier geblieben. Ja, dann mach es halt so, Mann. Dreh dich doch um. Komm her. Mach sie schwer. Danke. Boah, das ist ja hier nur mit zweien zu arbeiten, das geht ja null um gar nicht. Ja, und wie erledige ich dies jetzt, Kumpel? Höre geblieben. Einfach mal da bleiben. Ja, ich mach mich erst mal kaputt. Okay. Ich hab jetzt keine Gefahren mehr, oder? Genau. Oke. Okay. Jetzt.